Riders, ready! Watch the gate! Hallo, ich bin Nico und das ist mein Hobby, BMX zu fahren. Ich finde es sehr cool, wenn man losfährt. Ich kann sehr schnell über die Höger fahren und in die Luft fliegen. Das finde ich sehr cool. Man sollte nicht möglichst hohe Gumpen, außer beim Zielsprung oder bei den grossen Höger. Aber bei den Kleinen sollte man eher runtergehen, sodass man so schnell wie möglich rüberfährt. Wenn man vom Höger runterfährt, sollte man nicht zu fest bremsen. Sonst kommt man nicht rüber. Und wenn man sehr schnell will, fährt man sehr schnell runter. Dann kommt es gerade über die zwei Höger rein, fast auf die Ziellinie. Meine Mutter hat auch gesagt, dass ich es sehr mutig sehe. Aber ich weiss nicht, es ist ja nicht bei jedem gleich. Also für mich braucht man schon ein bisschen Mut. Es gibt ja sehr viele Stürze und darum habe ich hier einen Schoner. Und hier einen Panzer, der komplett ist, auch hier für die Erme. Und natürlich meinen Helm. Ich bin schon einmal auf die Sau gefahren, aber es ist zum Glück nicht passiert. Zuhause fahre ich eben auch noch ganz viel mit meinem BMX rum. Ich versuche einfach möglichst schnell zu fahren, ohne zu stoppen. Einfach aufpassen, dass ich nicht überfahren werde. Mein Ziel ist, im Ausland mal Rennen zu fahren und am Rennen zu gewinnen. Das Velo putzen tut meistens der Papa, weil ich nicht so viel Lust habe, damit das Velo die ganze Putze mehr Spass am Fahren kann. Ich bin Nico, das war mein Hobby. BMX-Fahrer. Wenn du auch ein Hobby hast, meinte ich doch an bei srfzamba.ch.